mir plus 0,1 schaden nice ich habe mir gerade eine brust gemacht mit 4 vitalität und 6 prozent magic find jetzt habe ich 14 prozent magic find so dann mache ich mir jetzt nochmal stiefel vielleicht sieht die besser mir fehlen jetzt allerdings vier sonne essenzen 3 weil einer habe ich noch egal verdammt da müssen wir hin ich hätte mich ja noch schnell heilen lassen können naja egal das wird schon so gehen alter vater ja ich weiß auch nicht was es ist vielleicht werde ich krank dann habe ich nächste woche wieder urlaub auf gelben ja vielleicht will ich nicht hoffen geht seltsam so na ja ich denke dange dange wobei ich dir das eigentlich nicht gönne habe ich mir schon fast gedacht oh man hilft nur noch abschlachten anderes geht nicht mehr köcher der dorn klar aber na ok du willst du allen alright ach man ey ja mein bücherregal also energy drink schmiert anscheinend nicht so dann musst du mal irgendwas mit milch trinken was irgendwas mit milch kaffee oder so ein schwachsinn ne milch kann ich nie ab überhaupt nicht weil du laktoseintolerant bist oder weil es dir nicht schmeckt keine ahnung hat mich nicht testen lassen aber mir wird schon auf jeden fall schlecht von milch ich gar nicht viel ich davon trinke kannst du käse essen ja kannst du joghurt essen ja ok dann bist du einfach nur kein nur keine milch weiß ich nicht dann bist du einfach komisch ja weil sahne kannst du auch essen oder kannst du sahne essen wie sahne ja einfach einfach schlagsahne oder sowas ich sag sahne esse ich schon mal gar nicht ähm aber so in saucen und sowas wenn ich koche dann geht das ja dann bist du wirklich komisch weil sahne hat so viel laktose wenn du da laktoseintolerant bist dann furzt du vier stunden am stück ha cool dann würde ich immer sahne essen um meine arbeitskollegen zu ärgern ja du hast halt auch noch richtig üble magenkrämpfe ne ja gut dann ist das natürlich nicht so cool also ich hab das ich bin jetzt zwar nicht laktoseintolerant und kann halt so viel Milch essen wie ich will aber ähm so richtig üble magenkrämpfe weil du halt Blähungen hast ja und so lustig sich das gleich noch anhört ja aber es kann richtig richtig weh tun ja glaub ich ja glaub ich kenn ich mich jetzt nicht mehr so aus weil was auf Milch kann ich eigentlich alles ab also ich hab warum alles essen und trinken und kein Problem nur Milch irgendwie weiß ich nicht ja dann ist es vielleicht einfach so dass du dass du sie einfach nicht schmeckt ja ja ich mags mags ja ich ess ja auch eigentlich gerne Müsli aber wenn ich jetzt Müsli esse ähm geht halt nicht guck mal wir haben Skledger nicht gefunden äh ne da kommt es glaube ich noch so ein Durchlauflevel oder ne eigentlich nicht ne und wieder zeigt mir ein Level ab glaubst du wir sind ein bisschen Low? ich hab keine Ahnung wir probieren es uns aus eigentlich eigentlich nicht schauen wir mal ey wir haben noch gar nicht den Skelett König natürlich doch haben wir wohl ja klar jetzt kommt dieser komische Säulenraum da wo die ganzen Mops kommen jetzt kommt dieser Säulenraum und danach gehts direkt zum äh Leoric jetzt wird er sammeln hier wo rinnst du hin sammeln oder was? wir kommen hier die Säulen zerstören ja ja das weiß ich ja ich krieg ganz gut Schaden grad vor allem hier mal ein bisschen was wir planiert haben was wir planiert haben schlund gibt es dann auf der anderen Seite nochmal ne Truhe? das meine ich also wenn wir zu Low wären denke ich äh wären wir schon down aber wenn du das sagst wir schaffen das halt ein bisschen auf unsere EP aufpassen ne? äh HP aufpassen ja ich dachte schon hä? EP? das verdrehe ich irgendwie immer wenn ich in Gedanken irgendwie halb halb im Spiel und halb äh an der Bierflasche hängen oder was weiß ich denn an der Kippenuckel ja genau hier runter? hier unten war da noch ein Buch? keine Ahnung hier ist ganz viel Sargzeug das was du da gerade zerschlagen hast sind übrigens Urnen ja ja aber da war auch ein Sarg so ich sag das nicht aus Spaß BÄM hier liegt noch Gold und Urnen Ops und ich hab noch Skillpunkt hier ach ich hab ja noch den nächsten Tag Rasenangriff stört schnell auf anvisierten Gegner oder die anvisierte Position zu und führt einen Schlag der 303% Waffen Schaden verursacht na dann ich werd vor Leoric äh nicht mehr Level Up aber ich dreh mir jetzt mal eine während du da guckst das machen wir und bastelst so so ich bin auch gleich fertig ich bin ja relativ flott im Drehen so la 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 so so für die Zuschauer auch kling soll ich jetzt zurück kling? wie du willst ok hab's nicht wieder zugekriegt so so jetzt machen wir ihn rund hier kann er mal schwecken haben wir erst noch die paar Assi-Mobs da naja die Sparmobs müssen wir halt müssen wir halt wirklich aufpassen dass wir uns jetzt nicht wenn wir jetzt schon down gehen würden das wär ziemlich das wär ziemlich bitter ja ziemlich gut ich sag dir wenn wir sterben dann machen wir halt noch ne Staffel sozusagen ne ja ja GZ danke und dann mach ich mal magier ah ne warte warte noch nicht noch nicht dann kann ich hier noch Skills machen und so ja dann geh ich ein paar Uhren schreddern was ist das denn ey das ist natürlich cool hast du gekriegt? dieses sperre der Uhr an dieses ranziehen sollte ich dann nicht beim Sklettkönig machen wenn er grad rumwirbelt aber das weiß ich selbst praktischer Rückzug ich will hier raus so erster Boss jetzt schauen wir mal was das gibt so denk dran ich bin gleich am Anfang ziemlich mutig ah ne vielleicht sollte ich jetzt noch nicht drauf gehen so hallo ei 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 oh ja der macht auf jeden Fall ein bisschen mehr DPS ja ich hab jetzt auch meinen ersten Heilkrank genutzt oh ich verlasse mich jetzt drauf das Lebenskugeln droppen ach nun kommt ah ne ich mach grad ich bin grade gestunt ich mach grad die App jetzt kommt er zu dir pass auf ja bin ausgewischt ich hab einfach mal gestunt ich hab einfach mal gestunt na den kriegen wir aber locker jetzt kommt er ah ja dann jetzt muss ich ein bisschen auffassen jetzt muss ich ein bisschen auffassen aber da war ja ne Heft Lebenskugel da geht er down da geht er down da geht er down sauber sauber was hab ich denn hier für einen Erfolg bekommen hm tötet den Sklettkönig im Hardcore Modus ich hab mal wieder mein Lieblingsattribut plus eine Erfahrung das ist unfassbar oh hier ich hab was für dich komm her hier Handschuhe bei Stärke und Angriffsgeschwindigkeit oder so war da drauf geil danke ich wollte dir auf jeden Fall DPS bringen ja und das geile ist ich hab jetzt 2 Sicheln ja man Sicheln man wie viel DPS machst du? 18,98 na dann hab ich dich jetzt offiziell überholt ich mach 25,34 gg die eine Sichel macht 16,2 DPS und die andere 14,6 ah nice ich hab nur 11 also 11,7 und 12 7 und 12? dann nimm doch hier guck mal 11,7 und 12 11,7 und 12 achso ok warte dann warte mal guck mal hier mit deinem Lieblingsattribut Erfahrung? ja boah ich hab halt voll den Pornoköcher für den Dämonenjäger bekommen guck dir den mal an ey ja für das Level ist der auf jeden Fall richtig gut ja super wir gehen noch in dein Bankfach vielleicht überlebt er es ja wenn wir mal nochmal irgendwie eine andere Klasse spielen wollen ich spiel nicht nochmal Dämonenjäger Ahaha tanken ein Klapp bumm um Männchen so ähnlich ja so haja ja so jetzt hab ich ja hier wieder fette Ressourcen jeder warms des lehrlings und realität und radius kommt untergekugelt das wird ich vorher wieder waren ja sechs magic feind drauf aber ein rüstung ist auch kacke ich glaube ich habe den skeletten king noch nie auf so niedrigen level gelegt weil ich sonst immer einfach alles abgelaufen bin so kann ich mir schon was neues bauen ich bin sie mal auskommen was soll ich sonst mit dem gold machen ach jetzt fehlt mir noch 700 gold behindert ich bin immer stufe 4 du hast ihn auf stufe 4 ja du hast ja auch ewig viel geld gehabt ey ja toll jetzt kann ich ganz viele sachen bauen die ab stufe 25 gehen oder auf 15 super pack dir ein ei ey ey so jetzt kann ich ja schon gelbe sachen bauen für 24 na dann aber jetzt habe ich auch nur noch 300 gold so dann lass mal übersetzen hier oder was ja nee wir müssen erst nur in die felder des äh achso wir können auch einfach das portal nehmen und setzen davon wir können und wir können natürlich auch den ganzen weg wieder laufen aber nein nein wir sind ja so gut equipped geht schon über equipped ja die sense finde ich aber cool für den baba baba für den baba ja segnet wie glaub ich immer ja ja ich hätte mal wieder bock diablo 2 zu spielen aber dafür müsste ich es mir erstmal wieder zulegen weil das ist leider auch mit hier ist ein pack auch mit entsorgt worden von meinem party alter wir hauen schon ganz gut rein ne aber allerdings das hat auf jeden Fall nicht so wirklich ein Ding gez für was achso für den erfolg danke 1500 elite gegner ist ja schnuckelig ha 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 Oh man, ich kann sie nicht mehr one-hitten mit meinem komischen Zauber-Kick. Oh ja, pass auf, diese giftige Scheiße da. Braucht richtig keinen. So, ich habe einen Vampir-haften. Ja, das nehmen wir doch hier, ne? Noch mehr Magic. Ah ne, das hat sogar mehr... Nee, doch. Wieder 2% mehr Magic Find. So. Was ist denn mächtige Rache? Ah, pack gleichzeitig einen mächtigen Gürtel und eine mächtige Waffe. Nee, nicht ernsthaft, warum kriegst du jetzt so ne Erfolge? Ja. Mit Barbar hab ich ja gar nicht gespielt. Pass auf. Wie soll ich denn da schon die Barbar-Erfolge haben? Ach ja, ach klar. Ja, erklär mir das bitte mal. Ja, ja, du hast recht, ich nehm's zurück. Aber ich muss... Hier ist, äh, Arschfresserhöhle. Arschfresserhöhle? Genau. Ja, lass mal ein bisschen Rosetten lecken hier. Analfilie halt, ne? Oh Gott. Ja. Hier spricht der Käpt'n der MS-Niveau. Wir sinken. Oh ja. Oh nee, ausgemauert. Alter. Oh nee, ausgemauert. Alter. Da oben liegt das ganze Zeug. Also links jetzt. Ah, ich hab'n Ring. Nice. Was hab' ich denn für tollen Ring? Zwei Leben... Oh, zwei Leben pro Treffer, Junge. Richtig krasser Scheiß hier. Ja. Live on Hit auf diesem Gürtel, Mann. Nicht schlecht. Volltreffer. Ey, heute haben wir echt so... Ja, ich weiß auch nicht. Wir treffen ja jeden Eingang. Machen wir mal eben die Apple-Run, Louis. Sag mal, sind nicht eigentlich schon wieder 20 Minuten um, mein Freund? Ja, ich hab' mich kurz umentschlossen, da ich's vergessen hab' einzustellen, ne 40 Minuten Folge zu machen. Ja, und da oben war die prächtige Truhe. Ach. Da, bam, 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 bam. Ja, du machst auf jeden Fall von... ...zaubernde Stammesmaske. Jetzt hab' ich hier irgendeinen blauen Helm. Ach nee, ich hab' einen gelben Helm. Oh, das war ja auch Hulu-Schalt. So, warte mal. 14... ...und... Yay! Bessere Sichel gefunden. 0,3 Damage mehr. Alter! Was denn? Kann ich angehen, dass du jetzt auf... ...dass du jetzt mehr Schaden machst als ich, das geht gar nicht. Was, 26? So, Erkundungstage, so... ...und er hat aber ein magischer Zauberstab. Supergeil! Ja, in welchem... Ich glaub' das ist der vierte... So, und vierter Teil! Ist es überhaupt der vierte? Ich weiß es gar nicht.